Na, na, das ist mir gleich, irgendwas jetzt, ne? Ja, das braucht ihr nicht gleich sein. Natürlich können Sie den Caruso hören. Wir haben ja Caruso-Platten. Ja. Einen Moment, bitte. Bitte schön. Wunderbar, wunderbar. Herrlich, gell? Ja, wunderbar, na ja. Es ist eben der Caruso. Einzig, einzig, einzig. Wunderbar. Nun, was sagen Sie jetzt dazu? Ja, aber ich glaube, dass man nach dieser Platte nicht gut tanzen kann, wie? Ja, ich glaube, wo vor Ihnen gestanden ist. Ja, da ist Handtäscher gestohlen worden. Ja, erlauben Sie mir. Das bringen Sie ja fast so raus, als ob ich der Frau die Handtasche da gestohlen hätte. Ja, gewiss weiß es nicht. So, behaupten sollen Sie es auch noch. Behaupten kann ich es leider nicht. So rein Unsinn, so etwas verbitte ich mir ganz energisch. Das kann schon möglich sein, dass einer Frau etwas gestohlen ist worden. Das war halt ein Taschendieb. Ja, Kellerdieb kann es nicht gewesen sein. Die Frau hat mir zur Obacht geben sollen, der Piertäscher. Dann wäre nichts weggekommen. Ich trage, wo ich gehe, steht eine Uhr bei mir. Wie viel es geht. Stehen Sie, weil wir eben von einer Uhr sprechen. Mein Urgroßvater, der lebt nämlich noch. Und dem wurde vor kurzer Zeit seine Uhr gestohlen. Und seit dieser Zeit fühlt er sich wieder bedeutend hüngern. Denn jetzt ist er wieder nur mehr Großvater. Also zur Sache, die Uhr von Löwe. Ich habe... ...heißen Flüssigkeiten, infolge der langen Speiseröhre, meistens eiskalt in den Magen kommen und leicht zu einer Magenerkältung führen könnten. Frau dann Lillivisi, wie sie sehr vermögend. Sie besitzt eine schöne Villa, fünf Paar Schuhe, einen Hofhund, zwei Dutzend Taschentücher und eine Hängelampe. Die Dame hat noch eine ganz kindische Stimme. Fräulein Lilli, sagen Sie mal den Herrschaften schön, wie sie heißen. Ich heiße Lilli. Wie alt sind Sie? 35 Jahre. Ich danke schön, Fräulein. ...den Zahn reißen wollen. Nein, sage ich, nur nicht reißen. Das halte ich nicht aus. Bei einer Hühneraugenoperation kann man vor Schmerz die Zähne zusammenbeißen. Aber beim Zahnreißen geht das nicht. Dann hätte mir der Zahnarzt den Zahn plombieren wollen. Kommt er mit so einem langen Schlauch daher, wo vorn so ein feiner, spitziger Bohrer dran war. Sag ich, was wollen Sie denn mit dem Bohrer? Ja, sagt er, den Zahn will ich Ihnen ausbohren. Ah, Zahnreißen und Einkommenssteuer. Da bin ich aber so geschwind auf die Gondel, der aufs Trend am 3, Anfangsbuchstabe F bis X. Was meinen Sie, wenn ich Zins habe? Sie müssen die Steuern zahlen, hat er gemeint. Was muss ich, habe ich gesagt. Müssen die gar nichts. Das ist ein Kriegshafen-Kasperl. Die gebe ich dann gleich ein Mord, einen Steuernzählhauer, der so ums Meirum, das meint der Propeller hat dich gestragt, von einem Doppeldecker. Ich muss zahlen. Wer sagt denn das? Verlangt doch von den großkoppelten Steuern und nicht von einer armen Hautierin, die einen ganzen Tag mit den Karren im Großstattdreck umeinanderziehen muss, dass sie das täglich jetzt verdirbt, dann werden sie halt gependet. Ein Feuerwerk abbrennen. Ja, gewiss, stimmt mir das, aber das hätte doch gar keinen Sinn, dann wäre doch ein Feuerwerk, was ganz alltäglich ist. Ja, ja, dann hätte doch auch das keinen Sinn, wenn es täglich dunkel wird. Geht, das hat eben schon einen Sinn, denn wenn es auf der Welt niemals dunkel werden, dann könnte man auch niemals ein Feuerwerk abbrennen. Stimmt, ja, stimmt. Warum könnte man das nicht? Es heißt doch, alles kann man, wenn man will. Ja, natürlich kann man das Feuerwerk auch jetzt abbrennen. Das meine ich ja. Aber man sieht es ja nicht, weil es noch viel zu hell ist. Begreifen wir es denn das gar nicht? Der zweite Vers. Das Kanapé, das steht im Zimmer. Es sitzt darauf ein kleines Kind. Das Kind, das spielte mit den Kissen. Wie harmlos ich die Sache finde. Denn Kissen ist doch kein Sinn. Über diesen Vers habe ich mich die erste Zeit krank lacht, wie ich mir denselben zum ersten Mal selbst vorgelegt habe. Vielen Bedürfnisanstalten in unserer Stadt. Es sei denn, dass die wirtschaftlichen, ökonomischen Bedingungen das einzige Hindernis in der Hemdknöpferlindustrie den Weg sperren würde, sich dennoch mit vereinten Kräften, Mittel und Wege finden, die Überproduktion im Konfettihandel in Keime zu erschicken, und auf dem 23 Quadratmeter großem Grundstück des Realitätenbesitzers. So geschimpft habe ich in dem Kino drin, dass ich bald die Klaviermusik noch über die Hände hätte. Auf einmal schreit einer von der Hinteren, reiht sie mir vor, geht ernst, weil bald in einer Gebüschschat du ihn zu machen hat da vorne, sonst fallen ihnen noch die ganzen Weißperlen raus, wo er einer Dorfkrankenkasse die Hälfte dazu zahlt hat. Ja, was sagen Sie da dazu? Schauen Sie eine solche Frechheit an, und darfst nichts sagen, sonst kriegst du noch Priegel auch. Vor mir sitzt so eine Lücke, hat einen steiften Hut auf, und weil ich heute ein bisschen klein bin, jetzt ziehe ich natürlich nichts wegen dem sein Hut. Auch möchten Sie nicht so fast noch essen lassen, aber schaut, das kann ich nicht schmecken, dass du gerade träumst. Ja, und ich komme da nicht zu dir sagen, lass mich schlafen, weil ich gerade noch träume. Ja, naja, jetzt ist es ja schon vorbei, es ist ja gleich, ein schöner Traum war es ja sowieso nicht. Für eine Enten war das ein wunderbarer Traum. Für eine Enten ist es genauso, als wir, wenn es dir von einem Schweinsbraten dran ist. Ja, ja, für eine Enten schon, aber du bist doch kein Enten. Aber im Traum war ich eine. Nie wie die Chen, mal ich ganz, ich mit Dätschi, lafade schon, wette, wett, wumm, wupp, gold, wut, die, pum, bim, wuschi, wuschi, sie, wett, dusi, 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 witz, ich schrum. So von umrunde, wie so Zitrone, do lex, die, mieder, bling, blam, blum, tuti, tuti, groß, die heiße Suppi, blotti, ramm auf Schlecken und von hinten ruf. Ani, widi, wai, wai, sam, widi, di, di, tam, tam, schlucki, schlucki, wutz, 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 wutz. Der Glocken in meinen Rock nicht fangen. Diese Frau ist mir ins Radlnäck gelaufen. Ah, ist gar nicht wahr. Woher? Ich bin mitten auf der, auf der Straße gefahren und habe mit der Glocken geliebt. Die Frau hat mich nicht gehört. Ist gar nicht wahr, er hat nicht geliebt. Er hat nicht geliebt. Sie haben ja nicht geliebt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, was ich tue. Das ist ja nicht wahr, Herr Schutzmann, das ist ja ein Schwindler. Ich bin kein Schwindler, ich bin ein Raubfahrer. Herr Schutzmann, ich bitte Sie. Ich bin gewiss, eine anständige Frau. Ich bin eben so allein auf der Straße gegangen. Na, na, wenn Sie schon so allein auf der Straße gehen, dann sind Sie keine ganz anständige Frau. Endlich senkte sich der Vorhang hinauf. Das Spiel begann. Nach dem ersten Akt kam eine Pause. Während dieser Pause wurde nicht gespielt. Warum sollen wir während dieser zehn Minuten langen Pause stundenlang diesen geschlossenen Vorhang anklotzen? Komm, Mutter, sprach ich, gehen wir in den Erfrischungsraum. Meine Mutter ist eine alte Frau, war vielleicht seit 30 Jahren in keinem Theater mehr. Im Erfrischungsraum... Das ist doch ein Zufall, weil wir geredet haben von Ihnen im Raubfahrt. Nein, nein, das ist kein Zufall. Das ist doch kein Zufall. Da hätte ich von ganz was anderem sprechen müssen. Sie haben ihm eigene Weltanschauungen. Ja, Gott sei Dank. Das ist doch ein Zufall. Das ist kein Zufall, ich erkläre es Ihnen nochmal. Der Radfahrer wäre so oft dahergekommen, wenn sie auch nicht gesprochen hätten. Das weiß ich nicht, ne? Da hätten sie von ganz was anderem sprechen müssen, von was seltenerem, von was interessanterem. Ja, sagen wir zum Beispiel, wenn sie statt von dem Radfahrer von einem Ding, von einem Ozeanflieger gesprochen hätten. Das wäre... ...due nochmal um 50 raus und fangt nochmal sein Kaffer. Das ganze Teiere geht. Die ganze Lauferei hätte sich die Hausmutter erspart, wenn sie sich bei mir ein einziges Backel Universalwaschpulverfix fix um eine Mark mitgenommen hätte. Es ist konstatiert und von Sachverständigen nachgewiesen worden, dass man mit einem einzigen Backel Universalwaschpulverfix fix sämtliche Taschentücher vom ganzen Deutschen Reich waschen konnte. Für dieses Universalwaschpulverfix fix, für das Sie in jedem... ...rechter Feuerwehrmann, der wo es also direkt mit dem Feuer zu tun hat. Ich muss natürlich schon dabei sein beim Feuer. Bloß brauche ich nicht spritzen, sondern ich muss blasen, damit der andere spritzen kann. Denn wenn ich nicht blase, dann kann der andere nicht spritzen. Das heißt, kennen tut er schon, aber dürfen tut er nicht. Ich darf ja auch nicht blasen, wenn ich will. Ich hänge wieder vom Kommandanten ab. Der schafft mir an, wenn ich blasen muss. Schafft mir der Kommandant zum Beispiel... ...dass ich für den Rodelschlitten 20 Mark Einsatz bekomme, kann ich von Tegensee bis auf Holstkirken zu Fuß heimfahren. Wenn auch mein Rechtsanwalt kein Zündholz auftreibt, deswegen ist nicht gesagt, ob das Filmdrama in acht Tagen nicht mehr aufgeführt werden darf. Denn mit einem bloßen Händedruck kann man heutzutage kein Stiegengeländer mehr lackieren, weil das Zutrauen fehlt, obwohl kein Zeuge beweisen kann, dass man mit einem Freipilett eine Telefonstörung... Man schiedet oben ein Wasser nehmt, Probeweis nicht. Dann läuft das Wasser natürlich unten aus. Da dürfen Sie zehn Jahre Wasser... Zehn. 30, 50 Jahre Wasser nehmt schießen. Wenn ich ein Boden lasse, dann läuft es ihm unten aus. Bei einem Vogelhaus ist das was anderes. Und auch schon, da sind auch so Wände da, wie beim Aquarium. Nur mit dem Unterschied, dass die Glaswände beim Vogelhaus nicht aus Glas sind, sondern aus Luft und aus Raub. Was wir haben in unserem Aquarium, haben wir Goldfisch drin. Und im Vogelhaus haben wir einen Vogel. Dann haben wir einmal Probeweis, nur aus Viecherei. Ja, wo taucht er denn da nun unter? Ja, hast du's denn nicht gehört von dem Ausrufer? Drinnen taucht er unter, in der Schaubude. Ja, ist denn da Wasser drin? Na, selbstverständlich. Ja, da können wir doch nicht reingehen, da ist ein Saftbeer drin. Haben Sie keine Angst, meine Herrschaft, dann kommen Sie nur herein, bitte schön. So, und nun gehen Sie ganz vor, nehmen Sie am Wasserpass einen Platz, aber lehnen Sie sich bitte nicht zu stark an das wache Holzgeländer an, sonst bricht es und Sie stürzen alle in das Wasser hinein. Nun, wer beginnen wir? ...opferungswürdiger Beruf. Ja, ja, das ist ein Kreuz. Mit meinem Sohn, da geht es jetzt die letzte Zeit, Gott sei Dank, auch wieder besser. Mein Gott, der arme Kerl hat was ausgestanden. Wissen Sie, ein gewisser Dr. Mayer, der hat ihn operiert, ganz oben am Kopf, an der Räuberhöhleneiterung, ja, oder Stirnhöhleneiterung, glaube ich, heißt es, ja. Ich weiß nicht mehr so genau. Denken Sie sich, unterm Operieren rutscht der Doktor auf einer Zitronenschale aus und fahrt meinem Sohn direkt ins Hirn rauf. Es ist nur gar gut, dass mein Sohns Hirn so weit hinten hat, sonst wäre es fehl gewesen. Jetzt mein zweitältester Sohn, der alt... ...kommt man auf die Welt und dann lebt man. War man bei Lebzeiten drauf, dann kommt man später in den Himmel. War man aber ein Luder, dann holt einem der Teufel. Und wenn man dann ein Teufel geworden ist, bleibt man ein Teufel in aller Ewigkeit. Oder habt ihr schon gehört, dass einen Teufel noch mal der Teufel holt? Infolge dessen, weil jeder Teufel ein Teufel bleibt, ist die Hölle so voll Teufeln, dass schon fast kein Teufel mehr... Na, na, das ist mir gleich irgendwas. Ja, das brauchte ich nicht gleich sein. Natürlich können Sie den Caruso hören. Wir haben ja Caruso-Platten. Ja. Einen Moment, bitte. Bitte schön. Wunderbar, wunderbar. Herrlich, gell? Ja, wunderbar. Na ja. Es ist eben der Caruso. Einzig, 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 ja. Wunderbar. Nun, was sagen Sie jetzt dazu? Ja, aber ich glaube, dass man nach dieser Platte nicht gut tanzen kann, wie? Ja, ich glaube, wo vor Ihnen gestanden ist. Ja, da ist Handtasche gestohlen worden. Ja, erlauben Sie mir. Das bringen Sie ja fast so raus, als ob ich der Frau die Handtasche da gestohlen hätte. Ja, gewiss weiß ich es nicht. So, behaupten Sie uns es auch noch. Behaupten kann ich es leider nicht. So ein Unsinn, so etwas verbitte ich mir ganz energisch. Das kann schon möglich sein, dass eine Frau jetzt was gestohlen ist worden. Das war halt ein Taschendieb. Ja, Kellerdieb kann es nicht gewesen sein. Die Frau hätte besser Obacht geben sollen auf ihr Täscherl. Dann wäre nichts weggekommen. Ich trage, wo ich gehe, steht eine Uhr bei mir. Wie viel es geht. Sehen Sie, weil wir eben von einer Uhr sprechen. Mein Urgroßvater, der lebt nämlich noch und dem wurde vor kurzer Zeit seine Uhr gestohlen. Und seit dieser Zeit will er sich wieder bedeutend singen. Denn jetzt ist er wieder nur mehr Großvater als er zur Sache, die Uhr von Löwe. Ich habe... ...heißen Flüssigkeiten infolge der langen Speiseröhre meistens eiskalt in den Magen kommen und leicht zu einer Magenerkältung führen könnten. Frau Lein Lilli, wie Sie, wie Sie, sehr vermögen. Sie besitzt eine schöne Villa, fünf Paar Schuhe, einen Hofhund, zwei Dutzend Taschentücher und eine Hängelampe. Die Dame hat noch eine ganz kindische Stimme. Fräulein Lilli, sagen Sie mal den Herrschaften schön, wie Sie heißen. Ich heiße Lilli. Wie alt sind Sie? Ich bin von 30 Jahren. Ich danke schön. Fräulein Lilli, den Zahn reißen wollen. Nein, sage ich, nur nicht reißen. Das halte ich nicht aus. Bei einer Hühneraugenoperation kann man vor Schmerz die Zähne zusammenbeißen, aber beim Zahnreißen geht das nicht. Dann hätte mir der Zahnarzt den Zahn plombieren wollen. Kommt er mit so einem langen Schlauch daher, wo vorn so ein feiner, spitziger Bohrer dran war. Sag ich, was wollen Sie denn mit dem Bohrer? Ja, sagt er, den Zahn will ich Ihnen ausbohren. Ah, da bin ich aber so geschwind auf die Gondel auf Trendsamm 3, Anfangsbuchstabe F bis X. Was meines für eine Zinnzimmer habe, Sie müssen die Steuern zahlen, hat er gemeint. Was muss ich, habe ich gesagt, müssen die gar nichts, das sei dann ein Kriegsverkaufssperl. Die gebe ich dann gleich ein Muss, einen Steuernzellhauer, der so ums Meirum, das meint der Propeller hat dich getragen, von einem Doppeldecker. Ich muss zahlen. Wer sagt denn das, verlangt doch von den großkoppelten Steuern und nicht von einer armen Haustierin, die den ganzen Tag mit den Karren im Großstadtdreck umeinanderziehen muss, dass sie da täglich jetzt verdirnt, dann werden sie halt gefeindet. Ein Feuerwerk abbrennen. Ja, gewiss kennt man das, aber das hätte doch gar keinen Sinn, dann wäre doch ein Feuerwerk, was ganz alltäglich ist. Ja, ja, dann hätte doch auch das keinen Sinn, wenn es täglich dunkel wird. Ja, geht, das hat eben schon einen Sinn, denn wenn es auf der Welt niemals dunkel werden hätte, dann könnte man auch niemals ein Feuerwerk abbrennen. Warum kennt man das nicht? Es heißt doch, alles kann man, wenn man will. Ja, natürlich kann man das Feuerwerk auch jetzt abbrennen. Das meine ich ja. Das sieht es ja nicht, weil es noch viel zu hell ist. Begreifen wir es denn das gar nicht. Der zweite Vers. Das Kanapé, das steht im Zimmer, es sitzt darauf ein kleines Kind. Das Kind, das spielte mit den Kissen, wie harmlos ich die Sache finde. Denn Kissen ist doch keine Sinn. Ha, 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 ha. Über diesen Vers habe ich mich die erste Zeit krank lacht, wie ich mir denselben zum ersten Mal selbst vorgezeugt habe, ... vielen Bedürfnisanstalten in unserer Stadt. Es seitdem, dass die wirtschaftlichen ökonomischen Bedingungen das einzige Hindernis in der Hemdknöpferlindustrie den Weg sperren würde, sich dennoch mit vereinten Kräften, Mittel und Wege finden, die Überproduktion im Konfettihandel in Keime zu erschicken und auf dem 23 Quadratmeter großem Grundstück des Realitätenbesitzers. So geschimpft habe ich in dem Kino drin, dass ich bald die Klaviermusik noch übertehnt hätte. Auf einmal schreit einer von der Hinterkarte mir vor, geht der in zwei Beute einer Gebüschschat und zumachen da vorne, sonst fallen ihnen noch die ganzen Weißperlen raus, wo einer dort Krankenkasse die Hälfte dazugezahlt hat. Ja, was sagen Sie da dazu? Schauen Sie eine solche Frechheit an und darfst nicht sagen, sonst kriegst noch Priegel auch. Vor mir sitzt so eine Lucke, hat einen steiften Hut auf und weil ich halt ein bisschen klein bin, jetzt sehe ich natürlich nichts wegen dem sein Hut. Ach, möchten Sie nicht so kurz noch essen lassen? Aber schaut, das kann ich nicht schmecken, dass du gerade träumst. Ja, und ich komme da nicht zu dir sagen, lass mich schlafen, weil ich gerade noch träume. Ja, weil, naja, jetzt ist es ja schon vorbei, es ist ja gleich. Ein schöner Traum war es ja sowieso nicht. Für eine Enten war das ein wunderbarer Traum. Für eine Enten ist es genauso, als wir, wenn es dir von einem Schweinsbraten dran ist. Ja, ja, für eine Enten schon, aber du bist doch kein Enten. Aber im Traum war ich eine. Ja, 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 ja. Die Gute, die Gute, die Gute. Die Glocke in meinen Rock nicht gefahren. Diese Frau ist mir ins Radl nicht gelaufen. Ah, ist gar nicht wahr. Woher? Ich bin mitten auf der, auf der, auf der Straße gefahren und habe mit der Glocke glitten. Die Frau hat mich nicht gehört und mein Glocke nicht gehört. Sie haben ja nicht glitten. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, was ich tue. Das ist ja nicht wahr, Herr Schützmann, das ist ja ein Schwindler. Ich bin kein Schwindler, ich bin ein Raubfahrer. Herr Schützmann, ich bitte Sie, ich bin gewissermaßen anständige Frau. Ich bin eben so allein auf der Straße gegangen. Na, na, wenn Sie schon so allein auf der Straße gehen, dann sind Sie keine ganz anständige Frau. Endlich senkte sich der Vorhang hinauf. Das Spiel begann. Nach dem ersten Akt kam eine Pause. Während dieser Pause wurde nicht gespielt. Warum sollen wir...